Die Verspätung haben wir denn noch? War das eine Viertelstunde oder mehr? Keine Ahnung. Wollen wir mal was denn noch gesagt? Ist das jetzt in Ulm? Augsburg kommt jetzt? Ja, jetzt in Ulm. Du musst in München kommen, ne? Werte Fahrgäste, der Ausstieg ist in Fahrt Richtung rechts. Jetzt. Ich bin auch in den Superhelden. Ich bin auch in den Chicken. Egal. Eine Verspätung. Fast 20 Minuten jetzt. Okay. Weil der hätte 10.38 Uhr hier dann rum sein müssen. Jetzt ist 11 Uhr.